Joachim Poß ist ein deutscher Politiker. Er ist seit 1980 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2013 ist er Mitglied des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Zwischen 1999 und 2013 war er einer der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Während der Abwesenheit des damaligen Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier von August bis Oktober 2010 war er zudem geschäftsführender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Leben und Beruf Nach der mittleren Reife 1965 machte Poß eine Ausbildung im gehobenen Dienst und wurde 1970 zum Stadtinspektor befördert. Von 1972 bis 1973 leistete er seinen Zivildienst ab und war anschließend bis 1980 als hauptamtlicher Geschäftsführer und Verwaltungsleiter bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken tätig. Joachim Poß ist katholisch verheiratet und hat drei Kinder. Partei Poß trat 1966 in die SPD ein. Er war von 1980 bis 1992 Vorsitzender und von 1992 bis 1999 stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Gelsenkirchen. Von 1998 bis 2001 war er außerdem Vorsitzender des SPD-Bezirks Westliches Westfalen. Seit 1999 gehört Poß dem Bundesvorstand der SPD an. Abgeordneter Von 1975 bis 1980 gehörte Poß dem Rat der Stadt Gelsenkirchen ab 1977 als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion an. Seit der Bundestagswahl 1980 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Joachim Poß ist stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Gelsenkirchen nie bzw. seit 2002 des Wahlkreises Gelsenkirchen in den Bundestag eingezogen. Bei der Bundestagswahl 2005 erhielt er hier 59,7 Prozent der Erststimmen. Bei der Bundestagswahl 2009 waren es 54,3 Prozent und damit bundesweit das beste Erststimmenergebnis für einen SPD-Bundestagskandidaten. 2013 erhielt er 50,5 Prozent der Stimmen. Von 1988 bis 1999 war er finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Von 1999 bis 2013 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Bereiche Finanzen und Haushalt. Als Frank-Walter Steinmeier 2010 aufgrund der Nierenspende für seine Frau krankheitsbedingt das Amt des Fraktionsvorsitzenden nicht ausüben konnte, bestimmte er Post zum Interimsvorsitzenden der SPD-Fraktion im Bundestag. Er ist Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss. Auszeichnungen 2006 Pfeifenraucher des Jahres 2013 Verdienstkreuz 1 Klasse der Bundesrepublik Deutschland